Ja, noch einmal herzlich willkommen, alle, die jetzt vielleicht auch neu dazugeschaltet haben oder immer noch da sind. Wir haben gerade die wichtigste Woche der Weltgeschichte betrachtet. Jetzt werden wir wieder ein bisschen flüssiger vorangehen zeitlich und vor allem ein äußerst spannendes dynamisches Thema betrachten bis an das Ende der Welt. Und wir werden gleich hineintauchen in das Thema, aber zunächst mit einem Gebet beginnen und dazu möchte ich uns ganz herzlich einladen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen für die tiefen Wahrheiten, die dein Wort offenbart. Wir möchten dir auch Danke sagen, dass dein Geist uns nicht nur von Sünde und Gerechtigkeit überzeugt, sondern auch hinaustreibt und befähigt, das Wort anderen weiterzugeben. Und wir wollen jetzt etwas hören, wie diese gute Nachricht des Erlösungsplanes, den wir gerade angesehen haben, wie er in die Welt getragen worden ist. Und wir möchten dich bitten, dass du uns dabei inspirierst, auch etwas von dem zu erzählen, was du Gutes an uns getan hast. Im Namen Jesu. Amen. Episode 21 Bis an das Ende der Welt Jesus war im Himmel gewesen, aber er kam noch einmal zurück. Und er traf zwei seiner Jünger auf dem Weg. Die verließen gerade Jerusalem und waren äußerst niedergeschlagen. Und er hätte einfach vom Himmel springen können und sagen, hier bin ich, Jesus, der Auferstandene. Aber aus guten Gründen tat er das nicht. Er gesellte sich zu ihnen und gab vor, ein anderer Wanderer zu sein, der auch gerade zufällig nach Emmaus in ihre Richtung mitwanderte. Und so erzählten sie und es schien so, als ob er von all dem nicht so richtig was mitbekommen hat. Und sie fragten ihn, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist? Und in diesen Tagen offensichtlich war es das Gespräch der ganzen Stadt. Und sie erzählten von ihrem Lehrer, von ihrem Rabbi, von Jesus, dem sie so lange gefolgt waren, an dessen Lippen sie geklebt hatten, dessen Worte sie auswendig gelernt hatten und der dann gekreuzigt worden war als Verbrecher. Und dann mit hängender Stimme sagten sie, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Und wahrscheinlich haben spätestens hier die Malakim sich an den Kopf gefasst und gesagt, er steht neben euch. Er hat Israel erlöst. Aber sie sahen es noch nicht. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Die haben sogar behauptet, Jesus sei auferstanden. Die Maria Magdalena, die ist so ganz aufgeregt dahergelaufen und einige andere auch. Jetzt sind wir total verwirrt. Wahrscheinlich musste Jesus sich sehr schwer zusammenreißen. Und dann sagt er sie freundlich, aber doch bestimmt. Oh, ihr Unverständigen. Wie ist doch euer Herzträger? Ihr seid ein bisschen schwer von Verstand. Wie ist doch euer Herzträger zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Und nebenbei habe ich euch nicht dreimal gesagt, ich werde leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen. Und ihr habt mich angeschaut, wie ein großes römisches Wagenrad. Was war denn daran so schwer zu verstehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Schaut mal hier, was der Biliam gesagt hat. Und hier, vergleicht das mal mit dem, was Jeschaijahu gesagt hat. Und hier, Jamijahu hat auch von mir gesprochen. Und Hosea und all die Propheten. Und es war, als ob plötzlich ihr Herz Feuer fing. Und sie kamen zu Hause an und erschien so, als ob dieser Wanderer weiterging, der sich so gut in der Bibel auskannte. Sie baten ihn hinein und als sie gemeinsam das Brot aßen und er das Brot brach, War es deswegen, weil er das Brot auf eine bestimmte Art und Weise brach? Oder vielleicht deswegen, weil sie etwas an seinen Händen sahen? Aber ehe sie es ganz aussprechen konnten, dass es offensichtlich er war, Jesus, war er schon verschwunden. Und jetzt waren sie so begeistert, dass sie sofort sich wie auf den Rückweg machten. Sie waren müde dahergetrottet nach Emmaus, aber jetzt rannten sie wie junge Rehe im Laufschritt und sprangen über die Straße, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. So schnell ist wahrscheinlich selten jemand von Emmaus nach Jerusalem gekommen. Und sie kamen in Jerusalem an, dort, wo sich die anderen Jünger in einem Obergemach eingeschlossen hatten. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob sie vielleicht auch noch dran kommen. Sie fürchteten sich. Aber dann hörten sie die Nachricht und die hatten ja auch von anderen schon gehört. Jesus sei auferstanden. Aber erst als er plötzlich, unerklärlicherweise war er, vielleicht hindurchgerutscht, als sie die Tür aufgemacht hatten für die beiden Jünger, plötzlich mitten unter ihnen stand. Und sie immer erst noch nicht glauben wollten, dass er es ist, sondern eher an einem Gespenst dachten. Und er ihnen zeigen musste, schaut doch mal hier an, schaut doch mal meine Hände an, fass doch mal an, rührt mich an, schaut, ich bin kein Geist. Er war beim Vater gewesen. Maria Magdalena hatte ihnen noch erzählt, dass sie ihn nicht anrühren durfte, weil er erst zum Vater musste. Aber jetzt durften sie ihn anfassen. Er war mit dem Vater gewesen. Das Opfer war anerkannt. Und er fing wieder an, nicht einfach nur auf diese Erscheinung zu bauen, sondern ihnen zu zeigen, dass doch von den ersten Tagen Adams an alle Propheten doch genau das gesagt hatten. Das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen von mir steht. Torah, Nevim, Ketuvim. Das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Er kannte die Dreiteilung auch ganz gut. Und alle hatten von ihm geschrieben. Und ihr seid Zeugen davon. Ich habe euch nicht berufen, um irgendein Minister in einem kleinen jüdischen Königreich zu sein, das sich gegen die Römer kämpft. Ich habe euch berufen, Zeugen zu sein des Planes Gottes. Aber einer von den Jüngern war nicht einmal anwesend. Und selbst als alle anderen ihn beteuerten, wir haben ihn wirklich angefasst. Glaub uns. Und wir haben sogar einmal seine Wunde angefasst. Ist echt. Thomas meinte, der es nicht gesehen hatte, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meine Finger in das Nägel mal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Da war noch ein bisschen Arbeit zu tun mit diesen Jüngern. Eine Woche später kam Jesus erneut zu ihnen, offenbarte sich ihnen und sprach vor allem den Thomas an. Er sagte, Thomas, komm mal her. Nimm mal deinen Finger und schau dir meine Hand an. Du kannst doch ruhig deinen Finger in die Wunde legen und sei nicht mehr ungläubig. Sei gläubig. Und als er ihn sah, immer noch nicht ganz sicher, ob dann, wenn er jetzt die Hand berührt, er vielleicht durchfässt, weil es auch ein Geist ist. Aber als sein Finger wirklich auf Fleisch traf, echtes Fleisch, Knochen. Da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Jesus war auferstanden und er war immer noch ein Mensch. Er hatte einen verherrlichten Körper, ja. Er war immer noch ein Mensch. Er aß sogar mit ihnen. Honig und Fisch. Und er fiel nieder und er wusste nichts anderes zu sagen als mein Herr und mein Gott. Aber immer noch waren die Jünger sich nicht ganz im Klaren, was eigentlich jetzt mit ihnen geschehen sollte. Und einige von ihnen hatten die Idee, vielleicht nachdem jetzt das all so geschehen ist, nachdem das eine tolle, spannende Episode in unserem Leben gewesen wäre, wäre es nicht vielleicht gut, jetzt wieder an einen geregelten Lebensunterhalt zu denken. Vielleicht sollten wir jetzt, wo das Ganze vorbei ist, vielleicht wieder Fischer werden. Und Petrus und andere, sie gingen wieder zum See Genezareth. Dort, wo vielleicht immer noch irgendwo ihr zurückgelassenes Boot war, das sie für immer zurückgelassen hatten und jetzt benutzten sie es wieder. Aber sie konnten irgendwie keine Fische fangen. Hatten sie alles verlernt in den wenigen Jahren, die sie mit Jesus gewandert waren? Der Morgen kam und jemand am Strand rief ihnen zu, wie sie es zu machen hatten. Sie sollten das Netz auf die rechte Seite auswerfen. Und das taten sie. Und plötzlich wären sie beinahe gesunken. Beinahe hätten sie den Kampf mit den Fischen verloren. So viele waren es. Sie mussten noch Hilfe hoffen. Und jetzt dämmerte es ihn, der dort am Ufer stand. Das muss doch tatsächlich Jesus sein. Er war es. Und einer sprang aus dem Boot und konnte es gar nicht erwarten, dort an das Ufer zu schwimmen. Simon Petrus. Ob es ihm aufgefallen ist, dass Jesus ein Kohlenfeuer gemacht hat am Strand? Ein gleiches Kohlenfeuer, an dem er nur Tage zuvor geflucht hatte, dass er Jesus gar nicht kennt. Sie aßen. Es war eine etwas merkwürdige Atmosphäre. Und dann nahm Jesus den Petrus und sie gingen am Strand des Sees Genezareth spazieren. Und er fragte ihn, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er fragte mit einem Wort, das tiefe, innigste, opferbereite Liebe ausdrückt. Aber Simon, der Sohn des Jonas, hatte das nicht so richtig verstanden. Er antwortete, ja, du weißt, dass ich dich gern habe, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, weine meine Lämmer. Sie gingen noch ein bisschen weiter und Petrus wunderte sich, was dieses Gespräch eigentlich soll. Und in einem Moment des Schweigens sagte Jesus noch einmal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe, dass ich dich mag. Hüte meine Schafe. Sie gingen weiter am Strand und vielleicht hat einer von beiden einen Stein aufgehoben und in das Wasser geworfen. Irgendwas hatte Jesus auf dem Herzen. Und dann fragte er Simon, Sohn des Jonas, hast du mich gern? Von liebst du mich mehr als die anderen zu liebst du mich zu magst du mich, hast du mich lieb? Er hat ihn dreimal gefragt. Und der Fischer Petrus verstand jetzt, warum das ein Kohlenfeuer war und warum Jesus mit ihm so lange sprach und ihn dreimal fragte. Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich eigentlich nur gern habe. Ich mag dich, aber bisher habe ich nie diese opferbereite Liebe gezeigt, die du für mich hast. Aber Jesus hatte jedes Mal gesagt, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, weide meine Schafe und damit deutlich gemacht, dass er ihm wirklich vergeben hatte. Er war auch für ihn gestorben. Und Petrus, dessen Ansehen in der Gruppe ziemlich gelitten hatte, weil er sich rumgesprochen hatte, was er getan hatte, war wieder hergestellt. Und noch einmal lud Jesus alle Jünger ein, eine größere Anzahl, nicht nur die zwölf, zu kommen nach Galiläa. Und dort auf einem Berg versammelten sich und er erklärte ihnen, was jetzt vor ihnen lag. Er sagte, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr seid meine Zeugen und im Namen von uns drei, von Vater, Sohn und Heiliger Geist, dürft ihr Menschen zu meinen Nachfolgern machen und zwar in der ganzen Welt. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Meine Botschaft, mein Charakter muss in die ganze Welt, denn ihr wisst ja, dann kommt das Ende. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ich werde euch begleiten bis ans Ende der Welt, geografisch und zeitlich. Der Zeitpunkt K war gekommen. 40 Tage hatte Jesus immer wieder mit ihnen gesprochen, sich ihnen offenbart, gezeigt, hat ihnen noch viele Dinge erklärt, noch viele Prophezeiungen und Querverbindungen gezeigt zwischen dem Alten Testament und dem, was er gesagt und gelebt hatte. Jetzt würde er noch einmal in den Himmel fahren, diesmal sichtbar für die Menschen und diesmal als triumphaler Einzug in Neu-Jerusalem. Von wo sollte er abfahren, abfliegen, hat er sich überlegt, vom Berg Moria, vom Berg Golgatha. Er entschied sich für den Ölberg, dort, wo er oft gewesen war, dort, wo er auf Jerusalem geblickt hatte. Und dort gingen sie jetzt hin und er gab ihnen noch einmal ein paar letzte Anweisungen und während sie so sprachen, da hob er plötzlich vom Erdboden ab. Und die Jünger sahen ihren geliebten Heiland, ihren geliebten Meister in den Himmel fliegen. Sie hatten ihn noch vorher gefragt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie hatten immer noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er vielleicht doch noch ein irdisches Königreich aufrichten würde. Aber er hatte das alles abgewiegelt. Er hat gesagt, das ist nicht für euch zu wissen. Ihr werdet Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Er winkte wohl noch von der Wolke und sagte immer wieder, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Und sie schauten und schauten und schauten und sahen die Wolke und sie sahen die Engel und sie schauten und dann fragte sie jemand, warum sie so in den Himmel schauten. Als ob es das Natürlichste auf der Welt wäre, dass jemand gerade auf den Wolken des Himmels in den Himmel geht. Und dann hieß es von den beiden Malakim, die dort standen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und so kehrten sie zurück. Jesus hatte gesagt, bleibt in Jerusalem, verlasst den Ort nicht und wartet auf das Zeichen des Heiligen Geistes. Also blieben sie. Sie gingen jeden Tag in das Obergemach und sie wussten nichts Besseres zu tun, als einfach zu beten. Es gab viel aufzuarbeiten untereinander. Wie oft waren sie neidisch gewesen? Wie oft hatten sie dem anderen nicht gegönnt, was Jesus ihnen gesagt oder getan hatte? Und sie beteten um Vergebung und sie kamen einander und Gott sehr nahe. Vielleicht haben sie nicht genau gewusst, was zeitgleich im Himmel stattfand. Dort war Jesus aufgefahren zum Thron Gottes und das gesamte Universum stand kopf. Alle Engel, alle Bewohner irgendwelcher Welten hatten ein für allemal den großen Kampf durchschaut und niemals würden sie auch nur noch einem Wort dem Satan glauben. Für sie war die Sache bereits besiegelt. und die Tatsache, dass die Weltengeschichte noch weiter ging, lag einzig und allein, dass die Menschen es auch noch verstehen mussten. Und Jesus kam dort nach Neu-Jerusalem und die Engel sangen, erhebt euch ihr ewigen Tore. und in die Tore hinein zog Jesus mit Millionen und Abermillionen Engeln. Einige kamen mit ihm, andere warteten auf ihn und dort standen an den Toren Mose und Elia und Henoch wird auch nicht weit gewesen sein. Die waren so froh, dass sie nicht wieder zurück mussten. Die waren so froh, dass sie jetzt wussten, dass sie für alle Ewigkeiten bei Gott bleiben durften. Und was noch viel besser war, viele ihrer Freunde und viele ihrer Glaubensbrüder und Schwestern, viele würden noch später kommen. Jesus hatte einige von denen mitgebracht schon, als er gekommen war, die auferstanden waren am Tag seiner Kreuzigung. Jetzt waren sie schon eine richtig kleine Gruppe an Menschen im Himmel. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Er kam dort als König, aber nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Als Diener eines Heiligtums. Das Heiligtum, von dem Moos ein Abbild gesehen hatte, das er versucht hatte, dann nachzubauen, nach genauen Anweisungen, von dem der Tempel ein Abbild gewesen war. Diese gewaltige Komplex im Himmel, groß wie kein Mensch es sich vorstellen kann. Dort würde Jesus dienen. als Vermittler zwischen Gott und Mensch. Als ein Diener des Heiligtums, der verhaftigen Stift zu der, den der Mensch errichtet hat und nicht, den der Gott errichtet hat und nicht ein Mensch, den der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Er, der das einzige Opfer gebracht hat. Damals wurden viele Opfer gebracht und immer wieder ist das Blut des Opfers in das Heiligtum transferiert worden. Als Sinnbild, dass die Sünden auf das Heiligtum geworfen worden sind. er hatte alle Sünden, die jemals begangen worden sind und die jemals begangen werden würden von Menschen auf sich genommen. Er hat das Opfer gebracht und mit ihm wurde all das jetzt vor das Heiligtum gemacht. Jeder konnte dort Vergebung bekommen, der das glaubte. Aber damit er tatsächlich dieser Priester sein konnte, musste etwas geschehen. Gott, der schon immer ein Gott der Ordnung war, würde auch hier ein Gott der Ordnung sein. Ein Priester muss ins Amt eingeführt werden. Und zehn Tage, nachdem er in den Himmel aufgefahren war, versammelten sich die Vertreter, vielleicht sogar alle Bewohner aller Welten, die Engel und Gott Vater, der Heilige Geist und Jesus zu einem außergewöhnlichen Gottesdienst. Und Gottesdienste im Himmel sind immer sehr außergewöhnlich. Aber der war außer außergewöhnlich. Denn jetzt sollte Jesus schon wieder gesalbt werden. Er war ein Messias in einem vielfachen Sinne. Diesmal sollte er eingesetzt werden in das Amt als Vermittler zwischen Gott und Mensch. Er, der immer noch ein Mensch war und Gott gleichzeitig, sollte dort vor dem Thron Gottes den Fall jedes Menschen, der an ihn glaubt, vertreten und für ihn einstehen. Und so wurde er gesalbt. Er wurde gesalbt wie bei seiner Taufe mit dem Heiligen Geist. Und einer der alten Sänger Israels hat er gesungen, wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt, in den Bart, den Bart Aarons des Priesters, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wenn Priester gesalbt worden waren, wurde das Öl über ihren Kopf gegossen und es floss an ihrem Kopf entlang. Es floss in den Bart, es floss an ihren Kleidern entlang und es tropfte ein bisschen auch auf die Erde. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit und als Jesus im himmlischen Heiligtum gesalbt wurde mit dem Heiligen Geist auf einer Weise, die ein Mensch gar nicht beschreiben kann, floss es an ihm herab und es tropfte ein wenig davon auf die Erde. Das war immer noch genug. um einen gewaltigen Wind auszulösen und Feuerzungen auf die Jünger zu bringen. Der Heilige Geist war ausgegossen worden, nicht einfach auf die Jünger, sondern auf Jesus und damit auf alle, die mit ihm verbunden waren. Und es war, als ob plötzlich in ihrem Kopf alle Lichter angingen und sie all die Dinge, die Jesus ihnen erklärt hatte, die sie immer mühsam versucht haben zusammen zu bringen, plötzlich ein Gesamtbild ergaben, plötzlich verstanden sie genau, was die Propheten gesagt haben. Und es war, als konnten sie es klar und deutlich formulieren. Und da warteten sie nicht eine halbe Sekunde länger. Sie gingen hinaus und fingen an zu predigen dort im Tempel. Und die dort standen wunderten sich, dass sie alles in ihren eigenen Sprachen hören konnten. Sie sind diese arabisch oder griechisch oder römisch verteilen. Sie konnten alles auf einmal sprechen. Es war, als ob der Geist Gottes all die Hindernisse, die Menschen sonst als Hindernisse empfinden, einfach wegfegen würde, um diesen Lichtstrahl der Gnade Gottes in die Welt fließen zu lassen. Wie hören wir sie denn alle in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Und Petrus hielt eine Predigt, die sich gewaschen hatte. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat. Nur wenige Wochen zuvor hatte er behauptet, den Jesus nicht mal zu kennen. Jetzt stand er vor tausend von Menschen und wagte es ihn ins Angesicht zu sagen, ihr habt ihn gekreuzigt, aber wisst Pfeile in ihr Herz geschossen hatte und sie fragten, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und er sprach Tut Buße, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, wenn ihr glaubt, wird euch vergeben und ihr werdet erfüllt werden mit der Liebe Gottes und 3000 Menschen ließen sich taufen, aber nicht wegen der Predigt von Petrus, sondern wegen all dem, was Jesus gesagt und gelehrt hatte. Er hatte gesät und bewässert und er hatte es kultivieren lassen. Just in dem Moment, wo er hätte ernten können, hatte er die Erde verlassen und hatte die Freude der Ernte seinen Jüngern übergeben. Und täglich waren sie im Tempel, lobten Gott und waren ein Herz und eine Seele. So etwas hatten Engel noch nie gesehen. Tausende von Menschen auf einem Haufen und kein Streit, kein Neid. Zum Teil haben die ihre eigenen Sachen verkauft, um anderen etwas zu geben. Und Kranke wurden geheilt. Simon Petrus war es, der einem Kranken am Tempel sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Jesus war nicht mehr da, Jesus war immer noch da. Sein Geist wirkte durch die Jünger. Und wieder predigte Gott, aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. So tut nun Buße und bekehrt euch. Wegen diesem schweren Verbrechen einen Menschen zu heilen, der krank war und gelähmt war, wurden sie erst einmal vorsorglich ins Gefängnis gebracht und dann vor den Sanhedrin gebracht. Die waren ganz ärgerlich, dachten mit Jesus, mit dem Tod, Jesus sei die Sache erledigt, dass ständig irgendwelche Kranken geheilt werden. Das ging ja wieder von vorne los. Und so geboten sie ihnen, dass sie zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden, sonst verbreitet sich das ja noch. Das war ihre größte Sorge, dass eine Botschaft der Liebe und der Gnade und der Vergebung sich verbreiten könnte im Volk. Und die Jünger antworteten kurz und knapp, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was erst lange aufwachen und sagen, okay, lasst uns heute mal ein bisschen von Jesus erzählen. Es drängte sie, es war wie ein Feuer in ihren Knochen. Und zu jener Zeit haben Menschen von dem, was ihnen gehörte, was viel Geld eingebracht hatte, verkauft, wenn sie sahen, dass jemand Not hatte. Sie dachten nicht zu sehr, nicht zuerst an sich, sondern an das Wohl anderer. Es war ein Stück Himmel auf Erden. Einer von denen, großen Besitz verkaufte, war Josef Barnabas, der Sohn des Nabas oder des Trostes. Und er sollte noch eine große Stütze werden. Und just in jener Zeit versuchte der Satan die ganze Sache durcheinander zu bringen. Da waren zwei Gläubige Ananias und Saphira, die auch alles verkauften, um auch möglichst gut dazustehen, aber als sie dann diesen großen Betrag an Geld sahen, die Armen brauchen ja auch das Geld, aber brauchen sie wirklich alles? Sie nahmen etwas zurück, aber jetzt schämten sie sich ein wenig, hinzugehen und zu sagen, wir haben alles verkauft und einen Teil geben wir den Armen. Sie wollten doch gut dastehen, sie wollten doch so gelten, als die besonders Opfer bereiten. Und so behaupteten sie, dass sie alles gegeben hätten. Was sie damit taten, sie zogen die Opferbereitschaft Gottes in den Dreck. Sie behaupteten, Jesus nachzufolgen, der alles gegeben hatte und behielten selbst für sich zurück. War es nicht letztlich das, was der Satan Jesus vorgeworfen hatte, dass er zwar segnet, aber doch manches zurückhält? Und beide starben ganz plötzlich. Gott wollte nicht zulassen, dass dieses Gift sofort die Gemeinde wieder vernichtet. Wieder wurden die Apostel ins Gefängnis gebracht und diesmal wurden sie gut bewacht und stark weggeschlossen. Und am nächsten Morgen waren die Wachen noch da und das Schloss war immer noch fest. Das Einzige, was fehlte, waren die Apostel im Gefängnis. Und jemand sagte, wisst ihr was, wo die sind? Ihr werdet es nicht glauben. Die Männer, die ihr ins Gefängnis gebracht haben, die stehen im Tempel und lehren das Volk. Die Priester waren wirklich außer sich. Und sie riefen sie zu sich und sagten, haben wir euch nicht streng verboten, diesem Namen zu lehren? Und ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und sie hatten es gesagt und jetzt machten sie die Jünger dafür verantwortlich. Der Satan hatte auch wirklich nichts Neues auf Lager. Aber sie sagten wieder deutlich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und da war ein weiser Schriftgelehrter, sein Name war Gamaliel, ein beliebter Lehrer. Und er hatte einen relativ kühlen Kopf. Er sagte, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie gewähren, denn wenn dieses Vorhaben und dieses Werk von Menschen ist, so wird es zunichte werden. Ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten, dass sie nicht etwa als solch erfunden werden, die gegen Gott kämpfen. Nachdem sie ihren Schöpfer ans Kreuz gebracht hatten, ohne Grund, fiel ihnen irgendwann ein, dass sie vielleicht eventuell sogar gegen Gott kämpfen können und sie ließen sie gewähren. Es vergingen tatsächlich etliche Monate, ja einige Jahre sogar und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und die Apostel hatten alles in ihren Händen, aber mittlerweile war die Gemeinde so groß geworden, dass man sich nicht um alles kümmern konnte und vor lauter armen Versorgung konnte man kaum noch predigen als Apostel und so entstand eine gewisse Unzufriedenheit und man wählte sieben Diakone einer von ihnen war ganz besonders sein Name war Stephanos Krone oder Kranz und er war so voll heiligen geistes obwohl er Diakon war und dafür zuständig war armen Witwen das Brot zu geben hat er trotzdem jede sich bietende Gelegenheit genutzt um zu predigen und das Wort von Jesus zu erzählen was Jesus für ihn getan hat und was Jesus für ein großer König ist und viele stritten mit ihm und versuchten ihn zu überzeugen in Debatten aber sie konnten es nicht und dann fiel ihnen nur ein Mittel ein Festnahme es waren mittlerweile schon dreieinhalb Jahre vergangen immer noch waren die Jünger nur in Jerusalem gewesen ob Stephanos gewusst hatte dass dreieinhalb Jahre vergangen war ob die Jünger noch im Gedächtnis hatten dass Daniel gesagt hatte dass insgesamt sieben Jahre sieben Tage eine Woche lang der Bund befestigt wird und dass dann die 490 Jahre für Israel ablaufen sie stellten ihn vor den Sandhidrien und er sollte sich rechtfertigen und so fing er an eine Predigt zu halten die ganz vorne begann er entschied sich als Predigt Thema Weltengeschichte und er fing an bei den Patriachen von Uru und erzählte wie Gott mit den Menschen von Zeitalter zu Zeitalter gewirkt hatte wie er nach Kanan gebracht worden ist erzählte von Jitzrak und von Jakob und erzählte von Josef der Tjati in Kemet wurde erzählte von dem Volk das sich ausbreitete erzählte von Mose und von dem brennenden Dornbusch und von Eroberung Kanaans es war eine relativ lange Predigt aber er hatte ja noch einiges vor sich und er war gerade so bei David angekommen erzählte die Geschichten von David und dann von dem Tempel und jetzt war er gerade bereit in das Buch der Könige einzutauchen es gab noch viel Stoff den er sich vorgenommen hatte zu predigen als er in die Runde blickte und merkte die schauen gar nicht zu und zuhören tun sie erst recht nicht die gucken ihn immer nur so böse an und er merkte dass er mit diesem Predigt Stil nichts mehr erreicht und dass man jetzt besser gleich zum Aufruf kommen könnte und er hatte wirklich es in sich ihr halsstärken und unbeschnittenen an herz und ohren ihr widerstrebt allezeit dem heiligen geist jesus hatte gesagt dass es nur eine sünde gibt die nicht vergeben werden kann die sünde gegen den heiligen geist ist es der uns von der sünde überführt wie eure väter so auch ihr welchen propheten haben eure väter nicht verfolgt ihr baut ihre denkmäler aber in Wirklichkeit haben sie nur den getötet die getötet die vorher das kommen und gerechten des gerechten ankündigten dessen verräter und mörder ihr nun geworden seid die priester damals haben Jesaja und Jeremia und Ezekiel und so weiter getötet aber ihr habt den getötet der all die propheten inspiriert hat und sie wollten es nicht hören und sie schrien und hielten sich Augen und Ohren zu und brüllten ihn nieder es war als ob der Heilige Geist an einer verschlossenen Tür stand und sie brachten ihn aus der Stadt hinaus und er sagte das was auch Jesus gesagt hatte Herr rechne ihn diese Sünde nicht an aber in diesem Schrei in diesem zuhalten der Ohren kulminierten Jahrhunderte der Ablehnung und sie wussten nicht dass ihr Schrei die 490 Jahre die Daniel gesehen hatte Ratak Abschnitt von einer viel längeren Zeit Prophezeiung ihr Schrei schnitt sie ab und von dem Zeitpunkt war das Volk Judah in Gottes Augen so wie alle anderen Völker ein ganz gewöhnliches Volk ohne speziellen Auftrag aber sie selbst sahen das nicht so sie selbst glaubten dass sie immer noch eine wichtige Aufgabe hatten die reine Lehre zu bewahren und einer von ihnen hieß Shaul ja er hatte denselben Namen wie jener König der damals der erste König Israel war und er hatte es sich zu aufgemacht nicht nur in Jerusalem sondern überall diese Menschen die an Jesus glaubten ins Gefängnis zu bringen und er wütete und die Jünger verließen die die Gläubigen verließen in Jerusalem nur die Jünger blieben in Jerusalem zurück aber die Diakonen und die Gläubigen gingen nach Samaria und in die verschiedenen Städte Judeas und in alle Gegenden und verkündigten das Wort plötzlich verbreitete sich das Evangelium so wie Jesus vorhergesagt hatte manche von ihnen kamen sogar nach Samaria so wie der Diakon Philippus zum Beispiel und dort bekehrten sich viele Menschen unter anderem auch ein gewisser Simon für Geld kaufen wollte er war ein Magler gewesen hatte sich wirklich für Jesus interessiert aber war dann doch eine sehr zwiespältige Figur und sollte noch viel Unheil anrichten und der Satan inspirierte diesen Simon Magus und in ihm hatte er einen ersten Fuß wieder drinnen in der Gemeinde Gottes der gleiche Philippus traf auf dem Weg einen Äthiopier einen Kämmerer der Kandake der großen Königin des Landes Kusch und dem erklärte er auf der staubigen Wüste in einer Bibelstunde die Prophezeiung von Jeschajahu und er taufte ihn und er wurde der erste Missionar in jenem fernen Land in Nubien aber Saul war unterwegs und wollte möglichst viele Nachfolger Jesu ins Gefängnis bringen und zur Not vielleicht auch töten lassen und als er auf dem Weg ins Ausland war nicht nicht in Judäa sondern ins Ausland nach Damaskus in Aram in Syrien da wurde er aufgehalten nicht von Menschen sondern von einem Licht das direkt vom Thron Gottes schien und obwohl damals Aram ist schon die Stadt die 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 Sprache war in der Gegend und Griechisch die Weltsprache war redete diese Stimme vom Thron auf Hebräisch das schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesprochen worden war und die Stimme sagte etwas das ihn buchstäblich vom Pferd fehlen ließ schau schau warum verfolgst du mich und er fühlte sich wie ein König in der Wüste von Engedi dem man gerade einen Zipfel abgeschnitten hatte aber es war nicht David der aus einer Höhle rief es war der Sohn Davids der aus dem Universum rief er fragte wer bist du ich bin Jesus den du verfolgst warum verfolgst du mich ich bin der wahre König mach nicht den Fehler wie Saul willst du enden wie er bei der Hexe von Endor und Saul wurde blind drei Tage lang konnte er nicht sehen und diesen drei Tagen sind seine Augen aufgetan worden ihm wurde bewusst dass er 180 Grad falsch gelegen hatte und ein Jünger wurde von Jesus ein Gläubiger wurde von Jesus gesandt der hatte erst ein bisschen noch Diskussion mit Gott weil er erst mal Gott informieren wollte was eigentlich Saul für ein böser Mensch sei aber Gott hat ihn dann doch hingebracht und er sagte zu ihm lieber Bruder Saul der hat mich gesandt Jesus der dir auf dem Weg entschieden ist dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest und Saul zog in die Wüste nach Arabien für drei Jahre und er studierte das alte Testament er studierte die Schriften der Propheten so gründlich wie vielleicht vor ihm dass im Jahre 41 ein neuer Kaiser kam Tiberius war gestorben er hatte sich schon jahrelang nicht mehr ums Reich gekümmert hatte sich nur noch auf seinem Alterssitz in Capri unmoralisch verwöhnen lassen und Caligula der jetzt kam war auch kein Deut besser ein echtes Monster in jener Zeit kam Petrus Verzeihung kam Saulus wieder zurück nach Jerusalem er war erst in Damaskus gewesen und dann auch nach Jerusalem gereist aber überall begegnete man ihm mit Vorsicht sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht dass er ein Jünger wäre wahrscheinlich ist er nur ein Spion er gibt vor Christ zu sein und damit er besser herausfinden kann wo wir unseren Gottesdienst haben haltet euch fern von ihm selbst die Jünger die Apostel brauchten länger um warm mit ihm zu werden und so zog er in seine Heimat nach Tarsus in Kilikien in Kleinasien noch immer gab es vieles was die Jünger nicht so richtig begreifen wollten da war das mit den Heiden und Jesus überlegte sich wie er das ihnen am besten so wirklich begreiflich machen konnte und er wartete auf einen günstigen Moment als Petrus einmal so richtig hungrig war es war Mittag und man machte schon das Essen und er konnte schon den Duft des Essens in seiner Nase fühlen als er plötzlich eine Vision hatte und er sah wunderschöne Tiere Schafe und Rinder aber unglücklicherweise waren daneben auch Krokodile und Schweine und Kamele und Hasen und Klippdachse alles unreine Tiere neben den reinen und nach jüdischer Vorstellung war schon die Berührung zu viel und dann kam eine Stimme und sagte Schlachte und iss und ich kann nicht den Klippdachse schon gar nicht aber das rinnt auch nicht weil der Klippdachse der hat ihn berührt das kann ich nicht und dann kam die Nachricht ein Heide ein Römer Cornelius braucht Bibelstunden wirst du gehen wirst du über die Schwelle gehen in ein römisches Haus mit einem Römer reden ihn vielleicht sogar zur Begrüßung berühren es sackte ein bisschen aber als Petrus sah wie gläubig der Cornelius war da fiel es ihm irgendwann wie Schuppen von den Augen Jahre nach der Himmelfahrt Jesu und als er das dann den anderen Aposteln und der Gemeinde erzählte dann überlebt die noch ein bisschen aber irgendwann kam sie im Schluss okay dann hat also Gott wirklich den Heiden auch die Umkehr gegeben die zum Leben führt ja er hat es im Jahre 41 war Caligula der 37 Kaiser geworden war schon wieder gestorben und Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus den wir unter Claudius kennen weil es einen Kaiser namens Tiberius und einen Namen Augustus und auch einen Caesar und einen Germanicus gab der wurde jetzt Kaiser in Rom zu seiner Zeit herrschte Herodes Agrippa über Galiläa und in seiner Zeit wurden erstmals größere Mengen an echten Heiden Gläubige vor allem in Antiochia weit im Norden außerhalb dessen was meistens zu Israel gezählt hatte und dort nannte man sie zum ersten Mal Christian Neu Christen und und als man davon hörte brauchte man einen guten Bibel Arbeiter der ihnen dort das Evangelium richtig erklären könnte und man es fiel ihnen ein warum nicht diesen Saulus man holte ihn der jahrelang dort in seiner Heimat geblieben war ungenutzt dort gewesen war man holte ihn jetzt und gemeinsam mit Barnabas war er der Verkündiger des Evangeliums in Antiochia Anfang 44 wurde Jakobus der Apostel ins Gefängnis gesteckt aber die Gemeinde betete kaum für ihn und er wurde tatsächlich als erster Apostel exekutiert und dann kam Petrus ins Gefängnis und jetzt betete die Gemeinde ein ganzes ganz deutlich mehr denn Petrus wollte unter keinen Umständen verlieren und tatsächlich ein Engel kam und befreit ihn in jenen Tagen ist derselbe Herodes der dafür verantwortlich war auf einer politischen Veranstaltung wo er die Rede hielt und die Leute ihn lebendig wie er war als Gott bezeichneten und ihm das auch noch ganz gut gefiel von Würmern innerlich zerfressen wurden in jener Zeit gab es auch die große Hungersnot die einer der Propheten in der neuen Gemeinde in der Agabus vorgesagt hatte und die Gläubigen aus Antiochia verbrachten eine Hilfe für die Bewohner von Jerusalem und dort in Antiochia waren auch Propheten die gesagt haben wir müssen das Evangelium noch in ganz andere Teile der Welt bringen und sie sagten sondert mir aus der Heilige Geist sprach durch sie sondert mir aus zu dem Werk zu dem ich sie berufen habe und 47 13 13 Jahre nachdem die 70 Wochen zu Ende waren und die Mission oder den Heiden möglich war begann das erste Missionsschiff zu segeln es hatte länger gedauert als es möglich gewesen wäre aber immerhin jetzt waren sie unterwegs sie kamen nach Zypern und erlebten dort ihre ersten Wunder ihre ersten großen Missionserfahrungen sie kamen auch nach Salamis aber dort verließ einer sie der junge Johannes Markus wollte nicht weiter mit ihnen reisen und Saulus hat ihm das besonders übel genommen weiter ging es nach Kleinasien und dort kamen sie in verschiedene Gegenden nach Perge zum Beispiel und dort wo immer sie kamen haben sie zuerst die Juden aufgesucht aber die wollten oft nichts wissen und so sagte Paulus zu ihnen euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden da ihr es aber von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig achtet siehe so wenn wir uns zu den Heiden und so gingen sie weiter nach Pamphylien und Lyakonien mitten durch das Taurus Gebirge in die inneren Gebiete Kleinasiens und in Lystra geschah etwas Außergewöhnliches als sie dort Predigten da waren die Griechen der Überzeugung dass endlich die Götter Menschen geworden seien denn wie anders sollte man diese wunderbare Botschaft bezeichnen und sie nannten den Barnabas Zeus der hatte hoffentlich nicht viel von der griechischen Mythologie verstanden ansonsten hat er gewusst dass das eigentlich kein besonderes Kompliment war und sie überlegten sich obwohl der andere sei weil der ständig redete und das Wort führte könnte der nicht der Götterbote gewesen sei Hermes und sie brachten die Stiere und sie holten die griechische Musik und sie fingen an zu tanzen um sie herum zu tanzen und sie wollen niederzuwerfen sie wollten ein Opfer bringen und Paulus und Barnabas hatten große Mühe sie davon abzuhalten tut das nicht aber kaum ließ sie sich abhalten und waren überzeugt das sind Götter es dauerte nicht lange da kamen Juden aus einer anderen Stadt in der sie schon gewesen waren und überzeugten dieselben Griechen die gerade ihre Götter in ihnen gesehen hatten die beiden zu steinigen so schnell ging das mit den Griechen aber Paulus überlebte die Steinigung und zog weiter sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen dass durch viele Bedrängnisse wir Reich Gottes eingehen müssen das war offensichtlich gerade geschehen und dann kehrten sie auf dem selben Weg wieder zurück stärkten die Gemeinden kamen wieder nach Perge und so weiter und reisten zurück im Jahre 49 und berichteten von den großen Erfahrungen die sie gemacht haben und hörten dass mittlerweile in der Christenheit sich ziemlich was aufgebaut hatte es gab Streit über eine wichtige Frage und alle Gemeinden Sanden Delegierten nach Jerusalem zu einer Zusammenkunft es ging um die wichtige Frage muss man sich beschneiden lassen oh das wurde heiß diskutiert und viele die vorher Pharisäer gewesen waren und jetzt Christus angenommen hatten waren der Meinung sie müssen Juden sein wenn sie keine Juden sind können sie keine Christen sein ist doch ganz offensichtlich das wurde lange debattiert aber es wurde entschieden aufgrund Bibelstudium und der Prophezeiungen und Visionen die Petrus gehabt hatte und Erfahrungen die Paulus im Missionsfeld gesammelt hatte dass bestimmte Dinge den Heiden auferlegt worden sind aber nicht die Beschneidung in jener Zeit sandte Kaiser Claudius all die Juden aus Rom und verbannte sie derweil machte sich Paulus und Barnabas auf eine erneute Reise zu unternehmen sie sagten lasst uns wieder umkehren und in all den Städten in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben nach unseren Brüdern sehen wie es um sie steht aber es entstand ein Streit denn Barnabas wollte schon wieder diesen Feigling mitnehmen Johannes Markus war das nicht auch der das sein Kleid verloren hatte damals in Gethsemane und Saulus war sich sicher das machen wir sagte doch wir nehmen mit ich sehe das Potenzial ja wo denn und Saulus und Barnabas diese Helden Gottes fingen sich an zu streiten richtig zu streiten so sehr dass Saulus sagte also wenn du ihn mithaben willst dann komme ich nicht mit dann gehe woanders lang ok ok dann gehe ich auf den Landweg du gehst übers Meer so trennten sie sich sie waren offensichtlich noch nicht vollkommen und Barnabas nahm den Johannes Markus und zog mit ihm nach Zypern Paulus ging etwas grummelig den Landweg über seine Hau im Heimat Kilikien und wieder durch das Taurus Gebirge und dort traf er einen jungen Mann den er als seinen Schürzling heranziehen wollte den Titus und obwohl er Grieche war ließ er ihn beschneiden interessanterweise es gab dort Menschen die vom Heiligen Geist oft gar nichts gehört hatten und immer wieder predigte Paulus von dem Wirken dieses Heiligen Geistes der das Evangelium in die ganze Welt hinaus dringte trotz der Fehler und Schwächen auch dieser Männer und Frauen und sie kamen dann immer weiter nach Westen sie wollten eigentlich nach Norden sie wollten nach Galatien und nach Pamphylien und nach Pontus aber der Heilige Geist sagte immer nein 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 der Heilige Geist trieb sie nach Westen sie wussten nicht warum als sie an den Ruinen von Troas standen wo vielleicht noch der schwer steckte den damals Alexander der Große hineingeworfen hatte dort und er sah im Traum einen griechischen Mann einen makedonischen Mann der sagte komm rüber über den Hellespont auf einen anderen Kontinent komm nach Europa komm zu uns und hilf uns und so gingen sie das Evangelium kam nach Europa es kam nach Makedonien es kam nach Samothrake nach all den Orten nach Philippi die Stadt die Philippus der Vater von Alexander gegründet hatte und dort hatten sie eine Purpuhändlerin ihre erste Christin aber auch dort gab es Komplikationen eine Wahrsagerin lief hinterher und machte ein unglaubliches Stektakel und rief immer das sind die Männer die euch den Weg Gottes erzählen das sind die Männer die die Wahrheit sagen glaubt ihnen sie haben das lange erduldet und irgendwann hat sich der Paulus umgewandt gesagt ich gebiete dir unreiner Geist fahre aus die Frau war eigentlich ganz dankbar aber die die sie bezahlten weniger so endeten sie in Philippi im Gefängnis und während alle anderen Gefängnis insassen traurig vor sich hinsaßen sangen die und jubelten sangen Psalmen denn Gott war ja immer gut auch im Gefängnis aber es war nicht wegen ihrem Gesang dass irgendwann die Erde erbebte und alle Gefangenen frei wurden und der Gefängnis Wächter schon das schlimmste dachte und feststellen musste dass seine Gefangenen Saulus und Barnabas nicht mal rausgegangen waren das hat viele Heiden überzeugt und der Gefängnismann und viele andere wurden noch dort getauft aber auch Gegner gab es es hieß diese Leute die die ganze Welt in Aufruhr versetzen sind jetzt auch hier der Heilige Geist trieb das Evangelium wirklich in alle Welt und es hieß und doch handeln sie alle gegen die Verordnung des Kaisers indem sie sagen ein anderer König nämlich Jesus und dann kam Paulus nach Athen darauf hat er sich gefreut auf die Griechen die Stoiker die alle Emotionen ausschalten wollten und die Epikurea die alles nur als einen Witz betrachteten und die Schüler von Platon und die Schüler von Aristoteles und er begann mit ihnen zu diskutieren und sie merkten schnell dass es was Neues war denn sie liebten Neuigkeiten Dinge die sie schon kannten fanden langweilig aber Dinge die neu liebten alles Neues und sagten erzähl uns mal was du hier zu sagen hast er hatte sich umgeschaut er hatte alle ihre Götter gesehen er hatte ein Götzenbild ein Götterbild gefunden dem unbekannten Gott die Griechen die so viel Erkenntnis hatten hatten vor lauter Erkenntnis den wahren Gott nicht mehr gekannt und er fing an mit griechischen Zitaten mit Philosophen er hatte so viel gelesen dann wenn er zu dem Eigentlichen kam wie Toten Auferstehung und Gericht der sagt so ein Quatsch religiöses Zeug einige wenige hatten sich bekehrt es war keine Gemeinde entstanden und so entschloss sich Paulus die Strategie zu ändern statt einfach Logik mit Logik zu bekämpfen oder zu begegnen würde er jetzt Christus in den Mittelpunkt stellen und so kam er nach Korinth und dort in Korinth 51 predigte er ganz anders als je zuvor und dort schrieb er auch seinen ersten Brief zwei Briefe eigentlich die Briefe an die Thessalonicher wo er von der Wiederkunft berichtete und auch davon dass die Wiederkunft nicht kommen würde vor dem Abfall den schon auch der Daniel vorhergesagt hatte er sprach von dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit das offensichtlich jetzt schon wirkte ob er schon wusste von Simon Magus und dann zogen sie wieder zurück und kamen in Antiochia an im Jahre 52 nur um bald wieder aufzubrechen zu einer dritten Reise und dieser dritten Reise hielt er sich sehr lange in Ephesus auf und dort drei Jahre lang wirkte er dort bekehrten sich so viele Menschen dass sie alle ihre Bücher und ihre Zauberbücher verbrannten und die Händler mit Götzenbildern bald arm wurden er wird sicherlich gehört haben dass in jener Zeit Nero im Jahre 54 muss es heißen Kaiser wurde und hier schrieb er Briefe an die Korinther er hatte gehört dass in der Gemeinde in Korinth sich Dinge eingeschlichen hatten die er nicht dulden konnte aber es kam zu einer gewaltigen Krise die Händler der Diana in Ephesus wollten dass Saulus Paulus ausgeschaltet wird und sie zettelten einen Aufruhr gegen ihn an wie er ihn nie zuvor erlebt hatte das ganze Amphitheater von Ephesus war voller Laute tausende Leute und die schrien stundenlang groß ist die Diana der Epheser groß ist Diana der Epheser groß ist Diana der Epheser er stellte sich heraus die meisten wussten gar nicht warum sie eigentlich da waren sie schrien großes Diana groß ist Diana warum sind wir eigentlich da egal großes Diana groß ist Diana groß irgendwann merkte man es geht eigentlich da um diesen Wanderprediger Saulus aber auch daraus hat Gott ihn befreit und er kam nach Korinth und konnte dort die Missstände in der Gemeinde wo Leute sich gestritten hatten wo es Unmoral gab bereinigen und dort schrieb er einen Brief einen Brief an die Römer er wollte so gern nach Rom und er schrieb ihnen ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden der glaubt zuerst für den Juden dann auch für den Griechen denn es wird darin geoffenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben wie geschrieben steht der Gerechte wird aus Glauben leben aber er ging noch nicht nach Rom er musste noch einmal zurück nach Jerusalem und so kehrte er an verschiedenen Stationen in Philippi und Troas wieder zurück auf dem Heimweg predigte er einmal sehr sehr lange so lange wie ich mich bisher noch nicht getraut habe hier zu predigen und es schlief jemand ein und starb aufgrund einer Predigt tot durch Predigt Länge aber Gott hatte auch damit Mitleid und befähigte den schuldigen Paulus diesen jungen Mann Eutychus wieder zum Leben zu erwecken und dann segelt er zurück er wollte noch einmal nach Jerusalem er wollte das Fest dort feiern aber seine Pläne waren anders er wollte nach Rom und dann wollte er nach Spanien und wenn ihm jemand erzählt hätte dass es hinter dem Ozean noch einen Kontinent gab er hätte sich das als letztes Ziel vorgenommen und ob er nach Rom gekommen ist und Spanien besucht hat werden wir am Montag sehen an dieser Stelle haben wir jetzt keine Musikstück mehr Zeit ist fortgeschritten aber ich möchte die Gelegenheit nutzen einmal kurz zusammenfassend diesen Punkt deutlich zu machen als der Heilige Geist in ihr Herz kam waren sie nicht plötzlich vollkommen sie haben plötzlich nicht alles richtig gemacht aber es war eine Kraft in ihrem Herzen die sie vorwärts gedrängt hat wenn wir Jesus als unseren Erlöser annehmen dann werden wir ihn bezeugen wollen komme was da wolle dann wenn wir plötzlich Mut haben wo wir vorher feige waren wenn wir plötzlich kühn sein wo wir vorher schüchtern waren wenn wir plötzlich Geduld haben wo wir vorher zu leicht uns haben aus dem Konzept bringen lassen und die Frage heute Abend ist hat Jesus dein Herz so sehr berührt dass du auch von ihm erzählen möchtest vielleicht nicht gleich in Rom oder in den fernen Inseln des Meeres vielleicht erst mal bei deinem Nachbarn deinem Bruder deiner Schwester so wie bei den Jüngern aber wer von uns heute möchte sagen ich möchte ein Zeuge sein für Jesus ich möchte seine gute Botschaft wenn es not tut bis ans Ende der Welt bringen da wollen wir gemeinsam noch mit einem Gebet schließen lieber Vater im Himmel wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen dass wir sehen konnten dass du Männer und Frauen befähigt hast zu Dingen die sie selbst nie für möglich gehalten haben und dass durch das Wirken des Heiligen Geistes Evangelium sich weit verbreitet hat und wir danken dir dass du Menschen wie uns gebrauchen möchtest und möchten dich bitten dass du uns zeigst wo du uns hinstellst wo wir etwas weitergeben können von dem was du für uns getan hast alles bitten wir im Namen Jesu Amen Amen Untertitelung des ZDF, 2020